So, Freunde Freunde, es geht weiter mit Let's Play WarioLamp 4 und den Toyblock Tower. Wenn man den Toyblock Tower dann spielen möchte, muss man kurz so und so. Wunderbar. Bravissimo. Sorry. Ui, der Toyblock Tower. Okay. Was denn? Okay. Ah. Activated. Stehe. Okay, aber ich muss jetzt... ...aktivieren wahrscheinlich. Hier ein Schwachsinn. Gut. Gott. Katzen. Nein, lass mich in Ruhe, älter, aber... ...Shit. Okay. Äh, komm ich nicht ruf. Komm ich nicht ruf, komm ich nie hin. Wow, keine Warios in pinken Orthos. Oh mein Gott. Hm, echt siltsames Level. Es ist halt der Spielzeugtower. Wah, hä, hä, hä. Was sind wir hier? Zöck. Gut. Oder auch nicht gut, ich hab keine Ahnung. Hm. Wollen wir da oben hin? Ich hab nämlich keine Ahnung, wo ich in die jetzt muss. Im Moment weiß ich es nicht. Runter kann ich jetzt auch nicht mehr. Ist jetzt... Ich hab mich so egal gemacht. Gut. Zick, 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 zick. Mhm. Block. Power. Okay. Was hat das zu bedeuten? Ich hab keine Ahnung. Mhm, mhm. Mhm, mhm. Mhm, mhm. Er glitzert irgendwas und ich weiß nicht was. Sehr, sehr merkwürdig. Och, das ist nur ein Steinchen. Nichts besonderes. Klong. Okay. Okay, das hätt ich auch besser lösen können hier. Wow. Puffuffuffa. Jo. Okay, wollen wir nochmal machen? Yeah. Exakt. Okay. Nehmen wir mal hier rein. Nichts. Oh. Flammen. Bis Todes. Oh, ich muss mich entflammen. Los, entflammen. Ja. Oh, Wario. Gut. Wenigstens ist es war ja so halb unsterblich. So ein Gottkönig. Zack. Da muss ich hochrufen. Hier auch. Was zum Henker. Ist hier der Professor drin? Professor. Dum, 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 dum. Wisst ihr, ohne Professor ist das keine richtige Folge. Zuck, zuck, zuck. Aha. Und wo? Haaas. Was hat das zu bedeuten? Irgendwie... Okay. Was zum... Hm. Es hat keine... Höhere Bedeutung. Aber ich komme mich auch nicht mehr raus, oder? Doch, komme ich. Hehe. Ist das seltsam? Hm. Hm. Nein. Komm. Ist egal. Also, ich muss mich entflammen lassen. Wirklichst nicht ins Wasser rein. Ja, noch möglichst schnell und präziser. Shit. So auch nicht. Dum, 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 dum. Gut. So. In etwa wollte ich das. Einsetzen. Dum, 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 dum. Zack. Mal, Mario... War... Wario... Hält schon viel aus hier. Okay, da oben ist Schlüssel. Aber irgendwie... ...komme ich ja noch nicht weg. Ha. Hardcore. Hm. Keine Ahnung. Hm.